Halleschön Leute, da bin ich wieder, Conny von PanikooZenture mit einer neuen Aufnahme von einem neuen Video, und zwar einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es um Minecraft, und zwar um den Thinker's Construct Mode. Ja, da wollte ich euch jetzt erstmal zeigen, was man in dem Thinker's Construct Mode, wie man dort Waffen macht. Denn sobald der Mod aktiviert ist, kann man leider keine normalen Tools mehr benutzen. Weil zum Beispiel bei der Diamantschaufel hier steht, hier, this tool cannot mine anything, it can only be used for crafting. Also es kann nichts mehr abbauen, sondern kann nur noch zum Craften benutzt werden. Und deswegen will ich euch jetzt gerne mal zeigen, wie man das ändern kann. So, und dafür brauchen wir als erstes Tier 1 Tools. Darum geht es auch in diesem Video, wie man schon in der Videobeschreibung gesehen hat. Ähm, und ja, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert, so im kleinen Tutorial. Ähm, als aller, allererstes braucht man einen Stencil Table. Denn um einen Stencil, ja, braucht man einen Stencil Table. Diesen baut man aus einem Oakwood Planks, also aus dem normalen blanken Holzplanken, und einem Blank Pattern. Blank Pattern werden aus, äh, ja, hier aus zwei blanken und zwei Sticks gemacht. Nichts Besonderes, liegt nur übereinander. Und dann hat man dieses Stencil Table. So. Um dieses Stencil Table hat man dann dieses, äh, Interface hier. Ähm, abgesehen hier von den Seiten, ne, das muss man jetzt mal ein bisschen wegdenken. Ähm. Da könnt ihr jetzt hier die verschiedenen Sachen raussuchen. Genau. Dann gibt es die Möglichkeit, dann gibt es einen Pattern Chest. Die kann man noch bauen, die ist auch nicht besonders. Die baut man einfach aus einem normalen Chest und dieses Blank Pattern. Dann gibt es einen Part Builder, der ist auch ganz wichtig. Diesen Part Builder baut man aus einem Holzblock und wieder einen Pattern. Und die letzte Station, die Tool Station nennt die sich, ähm, die baut man aus einem normalen Crafting Station und einem Blank Pattern. Die Crafting Station wird aus einer Workbench gemacht. Also nicht wundern, das ist einfach dann nur einmal nochmal reingesetzt. So. Ja. Ähm, so. Und um zum Beispiel jetzt eine Pickaxe zu machen, sieht man hier in diesem Interface, klickt man auf Pickaxe drauf. So. Dann sieht man ja hier, was man alles für eine normale Pickaxe braucht. Hier steht auch alles drin. The Pickaxe is a precise mining tool. It is effective on stone and or as required parts, Pickaxe head, tool binding und handle. Genau. Und diese drei Sachen brauchen wir, wie man hier schon sieht, um die Pickaxe zu bauen. So. Und als allererstes müssen wir, wie gesagt, den Stencil Table bauen. Mit dem Stencil Table bauen wir die Vorlagen. Dann haut mal einfach ein paar Blank Patterns hier rein und suchen uns die Sachen raus, die wir für die Pickaxe oder für das jeweilige Tool, ob jetzt Waffe, Bogen oder was auch immer, was ihr machen wollt, ähm, machen wollt, müsst als allererstes immer mit T1 Tools anfangen. So. Wir brauchen einen Tool Rod. Dann bauen wir den einmal. Dann brauchen wir einen Tool Binding Pattern. Und als drittes, das Hauptteil, den Pickaxe hat. So. Haben wir die übereinander gemacht? Haben wir die gemacht? So. Damit es, wie man hier schon sieht, gibt es mehrere. Damit man die nicht immer im Invi hat, kann man diese Pattern Chess, die kann man direkt neben den, an den Partbilder bauen. Dann hat man hier immer diese Druhe drin. Das kann ich euch mal gerade zeigen. Upsana. Wie man sieht, sie sind eigentlich hier drin. Und da kann man die auch direkt wieder rausholen. So. Mit diesen Part, oder mit diesen Pattern, mit diesen Vorlagen, kann man jetzt hier im Partbilder das Objekt bauen, was hier halt drin ist. Da legt man einfach mal die Vorlage hin. Und dann kann man hier in die zweite Seite drei Materialien reinmachen. Man kann Flint reinmachen als erstes. Stein und Holz. Wir machen das einfach mal mit Flint. In die rechts siehst du dann die Sachen, die man dafür braucht. Das ist jetzt die Base Durability 121, also die Haltbarkeit, die Modifiers von dem Ding hier. Nur von dem, also es geht jetzt nur um den Pickaxe Head. Mining Level Flint. Und ein Herz, wenn man jemanden angreift. Und Mining Speed ist auf 4.0. So. Dann bauen wir die mal ab. Dann bauen wir den Binding. Da kriegen wir jetzt sogar noch einen Flint-Chart. Die lege ich mal hier hin. Haben wir zwei gehabt, genau. Ach nee. Ach Mist. Gut. Die brauchen wir erst nicht. Ähm. Und noch dieser Tool Rod. Gut. Gut. Und wie man sieht, haben wir hier jetzt die drei Materialien. Für was die Flint-Chart sind, werde ich euch gleich zeigen. So. Aus diesen drei Materialien, die hauen wir jetzt einfach hier in die Tool Station. Suchen ist das natürlich das Richtige aus, was wir wollen. Und hauen die hier übereinander rein. Natürlich in die richtige Reihenfolge. Und dann sieht man es hier. Bekommt man die Flick-Tex. Also das jeweilige Objekt halt raus. So. Ähm. Ja. Diese Pick-Ax ist jetzt im Vergleich zu einer normalen Pick-Ax. Wollen wir denn eine hier? Zum Beispiel zu einer Iron. Hat die 200... Die hat jetzt 250. Haben wir jetzt Stone. Stone. Nehmen wir mal die Stone Pick-Ax. Wo ist sie denn hin? Da oben. Die Stone Pick-Ax hat 131, ne? Die hat 131. Und die Flint hat 100... Äh, die hat nur 60, ne? Aber, die hier, mit der kann man abbauen. Und, was noch besonders ist, die besteht aus drei Teilen. Und zwar dem Pick-Ax-Hat, dem Binding und dem Tool-Rod. Und damit kann man verschiedene Sachen machen. Die kann man verschieden modifizieren und so weiter und so fort. Aber dazu können wir später in der, in dem Tutorial-Reihe. So, wenn man Shift drückt, sieht man hier die ganzen Details. Hier Abbau-Level und Repair-Material. Das zeige ich euch jetzt gleich. Modifiers remaining. Man kann hier also drei Modifiers draufhauen. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Ja, und hier sieht man halt, aus was die Sachen sind. Man kann die auch mischen. Zum Beispiel jetzt Flint Pick-Ax-Hat, Stein-Binding und Holz-Rod. Das ist alles egal. So. Ähm. Dann nehmen wir mal hier ein bisschen Stein. Bauen das hier hin. Gehen aus dem Kreativ-Modus raus. Und wenn wir hier sehen, können wir damit den Stein abbauen. Dann wird die Pick-Ax benutzt. Wie sieht man ja unten in der Zeile, hier in der Leiste. Die hat jetzt vier Haltbarkeit weniger. Diese vier Haltbarkeit kann man jetzt zwei Möglichkeiten wiederherstellen. Oder wenn die ganz kaputt ist. Wenn die auf Null ist, wenn die Haltbarkeit auf Null ist, dann ist die nicht ganz weg, wie wenn man jetzt eine normale Minecraft Pick-Ax machen würde. Wenn die auf Null ist, ist die weg. Dann ist die einfach disabled. Oder despawned. Ähm. Und zwar hier ist es anders. Die zerbricht. Und dann kann man die wieder reparieren. Dann geht man wieder zur Toolstation. Hier zu dem Repair and Modification. Dann tut man die einfach in den Slot. Und dann legt man das jeweilige Repair-Material. Das ist in dem Fall Flint, wie man sieht. Und. Hört zu, wie das funktioniert. Wie das schön schrubbt. Und dann hat man sie wieder repariert. So, da man aber zum Beispiel, wenn man in einer Höhle ist und nicht immer so ein, das ganze Zeug da mitschleppen will, die Flints und die Toolstation und alles mögliche, kann man natürlich auch was anderes nehmen. Und zwar diese Flitscharts. Da die ja Nebenprodukte sind, nimmt man die einfach mit. So, und da ist er auch schon repariert. Ist doch alles kein Problem. Ist doch gar nicht so schwer. So, und man kann natürlich auch einfach so machen. Da aber diese Flintscharts sowieso immer Nebenprodukte sind, bei jeweils dem, was man halt abbaut, kann man die halt so oder so immer mitnehmen. Gut Leute, damit ist das erste Video fertig, in dem ich euch zeigen wollte, wie man in Thinkers Construct die ersten, also die Tier 1 Werkzeuge baut und Waffen. Also die, ja, ne, die Tools. Sagen wir einfach mal die Tools. Sagt drauf alles jetzt. Und in einem nächsten Video werde ich euch dann zeigen, wie man aus Tier 1 Tier 2 Tools macht. Und das, dafür braucht man dann schon ein bisschen mehr und dann wird es auch richtig spannend. Und ich sage da mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da. Abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht vergesst, wenn ihr euch nicht drüber seht. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.